Musik Weithin sichtbar thront das Weißenfelser Schloss über der Saale statt. Schloss Neu-Augustusburg kann in seiner Gesamtheit zu Recht als das bedeutendste der mitteldeutschen Schlösser der Zeit des Übergangs von der Spätrenaissance zum Frühbarock bezeichnet werden. 1656 begann der Architekt Johann Moritz Richter der Ältere im Auftrag von Herzog August von Sachsen-Weißenfels mit dem Bau. Nach dem Tod des Architekten im Jahre 1667 führte sein Sohn Johann Moritz Richter der Jüngere bis 1690 den Bau weiter, bevor das Schloss 1694, 38 Jahre nach Baubeginn, durch Christoph Pitzler vollendet wurde. Seither hat die Schlossanlage eine wechselvolle Geschichte mitgemacht. Während es bis zum Ende der DDR ein recht unansehnlicher Klotz im Stadtgebiet darstellte, hat sich in den letzten Jahren in und um das Schloss einiges getan. Nord- und Westflügel sind zu einem Großteil saniert und genutzt, äußerlich durch die weiße Farbgebung ein Blickfang. Ganz anders dagegen der Südflügel. Ihm sieht man die jahrzehntelange Vernachlässigung deutlich an und diese scheint weiter fortzuschreiten. Doch der Schein trügt, wie sich anlässlich des Tages der Städtebausanierung über 200 interessierte Gäste selbst überzeugen konnten. Der Südflügel des Schlosses ist für die Sanierung vorgesehen, das heißt für die statisch-konstruktive Sicherung. Und da war es die Gelegenheit, den Leuten auch mal zu zeigen, wie es denn jetzt aussieht, bevor dort irgendwas drin passiert ist. Wir kriegen sehr viel Geld von der Europäischen Union, vom Bund, vom Land im Rahmen der Städtebauförderung. Und letztendlich werden wir auch immer wieder gebeten, mal diesen Tag der Städtebauförderung zu nutzen, um mal zu dokumentieren, was machen wir mit diesem Geld. Und das machen wir eigentlich seit vielen Jahren schon, dieses Jahr natürlich mit dem Schwerpunkt Schloss. Und wir sind unten am Markt gestartet, haben dort einfach mal so die Themen nochmal kurz aufgerufen, von Rathaus über die Mohrenapotheke bis natürlich die Schlosshangsanierung, die ja im Moment läuft, über die Promenade. Haben auch dort nochmal gesagt, wo stehen wir in der Landschaft, wie geht es weiter, um dann eben letztendlich hier auf dem Schloss zu enden. Und einfach mal hier diese verschlossenen Räume, so heißt nämlich unter anderem das aktuelle Förderprogramm, mal zu öffnen und den Leuten einfach die Möglichkeit mal zu geben. Schaut mal, was da passiert. Auf der anderen Seite für uns aber auch eine gute Gelegenheit, einfach mal zu sagen, nicht nur was passiert, sondern welche Rahmenbedingungen sind letztendlich durch die Stadt, durch die entsprechenden Kollegen zu erfüllen. Ein bisschen Verständnis vielleicht auch mal zu wecken, warum alles nicht sofort und gleich geht, sondern eben, sagen wir mal, doch einen gewissen Vorlauf braucht. Schon der erste Blick offenbarte die gewaltigen Dimensionen der herrschaftlichen Residenz. Die Fläche ist schon gigantisch von dem Schloss. Das macht es, glaube ich, auch so kompliziert, dass wir eine schnelle Sanierung hier bekommen. Wir haben ungefähr 12.000 Quadratmeter Nettofläche hier im Schloss und die Höhen sind schon beachtlich. Also wir sind da immer mit guten fünf Metern im Rennen. Zahlreiche Um- und Einbauten zeugen von den ehemaligen Nutzern. Um die Räume unter anderem für den ehemaligen VEB ZFRB der DDR-Schuhindustrie nutzen zu können, wurden großflächig Zwischendecken eingezogen. Selbst ehemalige Mitarbeiter waren erstaunt zu sehen, dass über ihren Büros noch mannshohe Räume für Versorgungsleitungen waren. Erst nach deren Entfernung erschließen sich nun die eigentlichen Dimensionen. Ja, natürlich muss der Schutt erstmal raus und Sie haben es ja gesehen, es waren viele Unterbauten drin, viele Einbauten, die natürlich entfernt werden, die lockeren Teile, die Sicherung. Es müssen die Aufnahmen gemacht werden, was ist eigentlich in dem Zustand sanierungsfähig, was muss gehalten werden, welche Originalbefunde gibt es noch. Das sind die Sachen, die jetzt erstmal vorbereitet werden und die statische Sicherung wird dann vor allen Dingen die Gewölbe sichern und auch nochmal natürlich Zuganker vorsehen, damit auch der Halt des Schlosses weitergegeben ist. Die Arbeiten im Inneren des Südflügels laufen seit einigen Jahren, finanziert zum Großteil mit öffentlichen Fördermitteln. 1,4 Millionen wird die Stadt dafür zweckgebunden in diesem Jahr erhalten. Also vielleicht müssen wir nochmal ganz kurz zurückschauen. Wir haben die letzten Jahre und auch dieses Jahr eigentlich nur zwischen 4.000 und 500.000 Euro, nur, ja, im Zusammenhang natürlich mit dem Komplex ist das nicht viel Geld, zur Verfügung gehabt und sind nach wie vor in der statischen Sicherung. Das heißt also, dem Herzog ging das so, wie vielleicht auch manchen anderen Bauherren heute zum Schluss, ist ihm offensichtlich das Geld ausgegangen. Wir haben hier eine ganz andere Bauqualität als im Nordflügel und stehen vor neuen großen Herausforderungen in der statischen Sicherung. Und wir haben jetzt die Chance, 1,4 Millionen zusätzlich zu erhalten, die wir in den nächsten zwei Jahren dann auch verbauen dürfen. Und da geht es eben letztendlich manchmal auch so simpte Sachen eben über eine Zugverankerung, die Fassaden zu stabilisieren. Und dann, wie gesagt, Decken gegebenenfalls herauszunehmen, also auch Richtung Theater sein. Wir müssen mal schauen, wie weit das Geld eigentlich reicht. Und in dem Prozess haben wir uns eigentlich auf die Fahnen geschrieben, nochmal über Nutzungsszenarien und vielleicht auch nochmal völlig neu nachzudenken. Denn wir haben vielleicht auch einen guten Teil Hoffnung, dass das, was wir jetzt als Finanzierung bekommen haben, vielleicht auch nur eine Aufschlagsfinanzierung ist. Also, dass der Bund sich auch hier dann direkt dann auch weiterhin engagiert, weil das, sagen wir mal, nicht nur die Stadt, sondern eben auch einen guten Teil, eben sagen wir mal, das Land überfordern würde. Ja, das sind wir gefordert. Das werden wir dieses Jahr, nächstes Jahr arbeiten und schauen, dass wir, wie gesagt, dann hier irgendwann mal was Gutes hinkriegen. Der Herzog hat übrigens auch 35 oder 36 Jahre gebraucht. Bisschen Luft haben wir noch. Bevor es jedoch soweit ist, liegt noch viel Arbeit vor den Bauleuten und diese müssen dabei sehr vorsichtig zu Werke gehen. Na, das bleibt immer spannend, wenn man hinter Regale schaut, hinter Vorbauten, was da so zum Vorschein kommt. Aber wir befinden uns noch in der Untersuchungsphase. Wir haben jetzt die vorbereitenden Maßnahmen, werden die Projekte dann einreichen und hoffen, dass im nächsten Jahr der Bau dann losgehen kann. Und abgeschlossen 2020. Also in so einer Zeitdimension muss man hier einfach rechnen. Es wird also noch eine ganze Weile dauern, bis Schloss Neu-Augustusburg wieder komplett in altem Glanz erstrahlt. Dabei wird die Fassade den letzten Bauabschnitt bilden. Die Weißenfelser und ihre Gäste werden diesen Anblick noch eine Weile ertragen müssen, denn die Stadt kann ein solches Bauvorhaben nicht aus eigener Tasche stemmen. Gibt es doch in der Saales Stadt noch viele andere, weit wichtigere Projekte. Es ist ja nicht nur der Bereich der Innenstadt, der natürlich jetzt immer bei den meisten im Fokus steht. Wir werden ja in den nächsten Jahren über 10 Millionen Euro allein in unseren Schulen, in Kinderstädten stecken. Ganz einfach, weil wir so viele neue Weißenfelser und Kinder eben letztendlich haben. Das ist natürlich die Pflicht. Und die Kür ist dann, sagen wir mal, die Stadt herauszuputzen und parallel aber eben auch zu sehen, dass zum Beispiel in Weißenfels West dort die Straßen und Plätze eben auch in den 60er Jahren, sagen wir mal, mit einer Betonmischung hergerichtet worden sind, die Stück für Stück und offensichtlich eben aber auch in der Fläche eben, sagen wir mal, erneuert werden müssen. Diesen Spagat zwischen neu herrichten, zwischen erhalten und lebenswerter Stadt zu bleiben, den versuchen wir eigentlich tagtäglich. Und ich bin auch froh, dass der Stadtrat, sagen wir mal, auch diese Schwerpunkte so mit uns teilt und auch sich entsprechend dort einbringt. Seit über 300 Jahren ist das Schloss das Wahrzeichen der Stadt und angesichts dieser Erhaltungsmaßnahmen wird es auch weiterhin für lange Zeit sichtbar zu Weißenfels gehören.